It's time for world on the ground wrestling. So, der Referee macht das am liebsten, tut Frauen begrapschen. Sind Sie bereit? Kampf frei! Oh, ein Hint! Die Glückwunschung! Reiß Sie an den Ordnung! Das war nicht nett! Schau, Sagina! Die Grau! Also gut, es kristallisiert sich heraus, wo die Fans dahinter stehen. Das war jetzt der Einstieg. Oh, Kräftewässer! Oh! Künstlöse! Oh, Kräftewässer! Oh, Kräftewässer! Oh, Kräftewässer! Oh, Kräftewässer! Oh, Kräftewässer! Hier geht die Schuhe da! So, Mundwutztworn von 30 Jahren modern. Ich weiß, wo kann ich rein! Oh, Kräftewässer! Jetzt zählt schon wieder die Steffi. Trager! Headwattrop und wieder liegt sie. Aber die Schuhfasern, wirklich, das stimmt. Who's next? Oh, Tchapello! Oh, Seghe! Oh! Ja, ein Cover gibt's bei uns nicht, Steffi Stern! Sieg nur durch Aufgabe oder KO. Kein Cover, kein Pinball, keine Schilderbesserung. Das gibt es nur noch einmal für die Präzlokkons. Ein Lock. Ein RBS WRIGSLOKDOM Ein Handgelingshebel, so und ein schonente Schilderbesser. Ein Hemalog! Oh, bei uns heiß es Polizeigriff. Das ist pure Polizeigewalt, Frau Paula. Oh, wer kommt oder mit einem Step-iah und einen Sleeper holt. Gebt auf! Sie liebt ihn auf! Sie liebt ihn auf! Sie liebt ihn auf! Sie liebt ihn auf! Befreiung und wieder im... Also das ist jetzt wirklich Polizeigewalt! Slipper holt und... Ausgaben! 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 Nein, das ist ja nicht so. Sie hat nicht so verliebt. Ansonsten, oder? Oh, ich habe eine Befreiung! Kein Widerspieler! Wieso blinkt der linke und der rechte nicht? Keine Aufgabe, Entschuldigung. Ich bin abgelenkt, sorry! Oh, und schon steht sie wieder, also auch nicht auf uns. Vielleicht sollte er sie jetzt händschuteln. Doch nicht, oh je, wie ein Schlepper! Oh, schöner Kick! Es gibt noch immer kein Karma! Aufgabe Grief, ein Hamba! Gib sie auf! Herr Bauer, du gibst ab! Seine Aufgabe! Selly! 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 Schreit sie ja du! Die heißt Bauer! Seid sie ja du mit der Selina Bauer! 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 Jetzt wirst du sauer schreien! Haare zieh dich verboten! Auf und auf! Lass die Einrichtung stehen bitte! Haare! 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 Ein bisschen das Mittagessen außer Prübing ist auch ok! Ein Kackung! Kämpf nicht zurück! Ein Netpüikel! Ein Cover! Gib sie immer nicht! Auch wenn's das unterrast ist, kein Cover! Haare! Haare! Ah, ein Full Nelson! Aufgabe, Frau Bauer! Ah, Bauer! Entschuldigung! Ich hab's eh! Ich hab nur... Ich hab nur eine schlechte Aussprache! Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Was willst du bitte? Steig in den Nacken! Hey! Wir sind zwar zwar nicht mehr in der Innenstadt, aber trotzdem! Ja! 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 Was willst du bitte? Zwei! Zwei! Drei! Zwei! Zwei! Vier! Achso! Sie ist ausgestellt worden bis Vier! Ja! Ja! Warum auch immer! Ja! Fünf Minuten! Oh! 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 Bauer! 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 Power! Nicht Power! Puh! Nicht Buh! Puh! Puh! Kracherts macht und unten liegt sie. Zwei! Puh! Und das mit den Haariken Schuhe, da kriegt man keine Luft mehr glaubts man. Puh! 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 Sechs! Puh! Sieben! Puh! Acht! Puh! Puh! Und bei 8,3 steht sie wieder, wie er ehrt bin. So, ein Stair Down. Springen Sie an! Ja! 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 Auf dem Boden liegen. Also, es ist zwar nicht illegal, aber es ist halt nicht die feine englische, sag' ich einmal. Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Geh weg, Schüri! Arrête! Du bist die Neuf an ihr! Ja! 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 Vielen Dank.